Robin nennt seinen Zugang Tankstelle. So bekommt er seine Medizin, die Chemotherapie. Auf der Kinderkrebsstation im UKSH in Kiel ist der Fünfjährige im Moment mit seiner Mutter jeden Tag. Ohne eine Knochenmarkspende wird er nicht überleben. Alle müssen mal mithelfen. Bei meiner Körperpolizei, die saft das nicht allein. Dann brauche ich auch mal Verstärkung. Ihrem fünfjährigen Sohn erklären, dass er Blutkrebs hat, war für Mama Marike Mannebeck hart. Aus dem komplizierten Begriff Immunsystem wurde die Körperpolizei. Mit den Haaren haben wir zum Beispiel auch gesagt, da hatten wir auch ein Buch hier als Anleitung, dass eben bei dieser Chemo die Krankheit mit der Körperpolizei kämpft. Und in diesem Gefecht, manchmal ist es auch passiert, dass welche da rein geraten, die gar nicht dazugehören. Also zum Beispiel die Haarzellen und dann fallen die Haare aus. Robin hat eine seltene Form der Leukämie. Nur 10 bis 20 Kinder in Deutschland erkranken im Jahr daran. Robin hat eine sogenannte Juvenile Myelomonocitäre Leukämie, JMML. Das ist eine sehr seltene Form der Leukämie, bei der es zu einer unkontrollierten Vermehrung von Abwehrzellen kommt, die dann in der Folge nicht nur fremd Eindringlinge abwehren, sondern sich gegen den eigenen Körper richten. Nach der Behandlung mit Papa fangen spielen, dafür hat Robin noch Kraft. Auch der Appetit ist noch da. Vier Wochen lag der Fünfjährige im Krankenhaus, hat seinen Geburtstag dort gefeiert. Erst seit fünf Wochen steht die Diagnose fest. Die Zeit der Ungewissheit war sehr schlimm, erzählt der Vater. Das hat sich jetzt über drei Monate hingezogen. Und kurz bevor wir die Diagnoseergebnisse dann dazu erhalten haben, hat sich sein Zustand in der Nacht einmal so rapide verschlechtert, dass wir Notarzt rufen mussten. Er dann in die Notaufnahme gekommen ist und dann auch sehr schnell die Diagnose, dass es leider doch Leukämie ist, sich bestätigt hat. Christoph Mannebeck ist dankbar, dass sein Chef ihn von der Arbeit freistellt. In dieser schweren Zeit ist es den Eltern auch besonders wichtig, andere zu motivieren, sich als potenzieller Spender zu registrieren. Gerade planen sie eine Typisierungsaktion. Ihrem Online-Aufruf sind schon über 1000 Menschen gefolgt. Dann bekommen sie drei Watteträger nach Hause. Das sind ähnlich wie Q-Tips, nur ein bisschen länger sehen die aus. Und mit diesen Watteträger nacheinander gehen sie in ihren Wangeninnenraum an die Seite, an die Wangenseite und machen nacheinander diesen Wangen-Schleimhaut-Abstrich. Das wird dann getrocknet und kommt dann in eine kleine Klappkarte. Und das geht dann direkt ins Labor und dann werden dort ihre Gewebemerkmale typisiert. Familie Mannebeck hofft, dass für Robin schnell ein passender Stammzellenspender gefunden wird und die Körperpolizei den Kampf gegen den Blutkrebs gewinnt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.